Dieses Bild treibt mich in den Wahnsinn. Ich habe vor kurzem bei Itzy ein Kunstwerk in Auftrag gegeben und es treibt mich in den Wahnsinn. Vor Jahren, als ich noch zur Schule ging, gab es in meiner Klasse ein Mädchen, das künstlerisch mega begabt gewesen ist. Ich erinnere mich, dass sie ziemlich gemobbt wurde, obwohl ich nicht mehr weiß, warum. Aber ich erinnere mich an ihre Bilder. Wie die meisten Menschen habe ich den Kontakt zu so ziemlich jedem verloren, mit dem ich damals zur Schule gegangen bin. Ich war auf Facebook zwar mit ein paar von ihnen befreundet, aber, naja, öfter als ein- bis zweimal im Jahr lockte ich mich da eh nicht ein. Eines Tages stöberte ich nun also auf Itzy nach einem Bild für den Geburtstag meiner Mutter und fand eine Verkäuferin, die genau die Motive anbot, die ich feierte. Und diese Verkäuferin stellte sich als das Mädchen aus der Schule heraus. Ich weiß nicht, wie ich ihre Bilder genau beschreiben soll. Sie waren nicht lebensecht, nicht ultra-realistisch, aber sie waren so detailreich, dass es einem die Sprache verschlug. Ihr Stil erinnerte mich irgendwie an die Werke von Richard Dadd, jedoch waren ihre Bilder zumeist eher monochrom. Man konnte ihre Bilder aus der Ferne betrachten und auf den ersten Blick ergaben sich schon zwei, drei Szenen, die man ins Auge fassen konnte. Aber je näher man kam und desto genauer man hinsah, ergaben sich immer weitere und neue Facetten, die man vorher völlig übersehen hatte. Ich scrollte durch ihre Galerie und obwohl mir alles gefiel, war nichts davon genau das, was ich wollte. Also schickte ich ihr eine Nachricht und fragte sie, ob sie auch Auftragsarbeiten annehme. Sie antwortete innerhalb einer Stunde und sagte, sie nehme gern Aufträge an, könne aber je nach Anfrage keinen Zeitrahmen nennen. Das war völlig in Ordnung. Zu diesem Zeitpunkt wollte ich das Bild gar nicht mehr für meine Mutter, sondern für mich. Und Zeit war somit absolut kein Thema. Gut, Ding will Weile haben, sage ich immer. Ich kaufte meiner Mutter ein Bild von der Stange, irgendein Retro-Motiv, mit dem sie sehr zufrieden war. Ich teilte der Künstlerin meine Wünsche mit. Ich erzählte ihr von meiner Vorliebe für Sternbilder, kleine pelzige Kreaturen und riesige Bäume. Ich nannte ihr jedes Detail, das mir in den Sinn kam. Ich wollte etwas, das ganz auf mich zugeschnitten war. Und obwohl es am Ende ein paar Monate in Anspruch nahm, hat sie es tatsächlich geschafft. Sie schickte mir eine digitale Datei zum Herunterladen. Sie versicherte mir, dass es sich um ein exklusives Werk handelte und dass niemand sonst etwas Ähnliches besaß. Ich war so dankbar. Das Bild war atemberaubend. Und ich hinterließ ihr eine begeisterte Bewertung auf Itzy. Ich ließ das Bild im riesigen Posterformat drucken, rahmte es und hing es mir in den Flur. Ihr Stil bestand hauptsächlich aus schwarz-weißen Strichzeichnungen, gemalt mit Tusche, mit subtilen Schattierungen und unglaublichen Details in ihrer vordergründigen Einfachheit. Das Bild, das sie für mich anfertigte, zeigte einen hohen Baum, eine Eiche vielleicht, vor einem sternenklaren Nachthimmel und vielen kleinen Lebewesen, die in dem Baum nisteten und sich um seine Wurzeln drängten. Es bereitete mir eine außerordentliche Freude, es jeden Tag zu betrachten. Und jedes Mal, wenn ich es sah, schien ich ein neues Detail zu entdecken. Nach circa anderthalb Wochen bemerkte ich ein winziges Detail in der linken unteren Ecke, das mir zuvor überhaupt nicht aufgefallen war. Es war so klein, dass man nicht erkennen konnte, was es war. Es hätte jedoch eine super, super, super kleine Schrift sein können. In der Schublade meines Schreibtisches suchte ich nach meiner alten Lupe. Nachdem mir zwei Reißzwecken eins mitgegeben hatten, ertastete ich das gute alte Stück. Doch meine Hoffnung schwand einen Augenblick später, denn egal wie ich mit den Entfernungen experimentierte, ich konnte einfach nicht sagen, was dieses winzige Detail sein sollte. Oh Gott, bin ich blöd, schoss es mir durch den Kopf. Sie hat mir von dem Bild doch eine digitale Version zugeschickt. Dort könnte ich mit Sicherheit weit genug hineinzoomen, um zu erkennen, was es ist. Ich öffnete das Bild auf meinem iPad. Mit Daumen und Zeigefinger zentrierte und vergrößerte ich die Stelle. Es war tatsächlich eine Schrift. Sieh genauer ein, stand dort. Also tat ich das. Ich konzentrierte mich zuerst auf den Baum. Ich zoomte auf die Kreaturen, die sich in den Ästen tummelten. Sie sahen aus wie eine Kreuzung aus Affen und Ziegen, mit langen Greifschwänzen, menschenähnlichen Händen und gebogenen Hörnern auf ihren kleinen Köpfen. Sie waren so detailliert ausgearbeitet, dass ich, als ich näher heranzoomte, den Rindenstaub erkennen konnte, der an den einzelnen Fellfäden haftete. Winzige Moleküle, die so echt aussahen, dass ich das Gefühl hatte, ich könnte sie von meinem iPad pusten. Als ich mir die Rinde des Baumes genauer ansah, kam ich aus dem Staunen nicht mehr heraus. In den Rillen und Linien sah ich noch winzigere Lebewesen, Insekten, die in unerträglicher Detailtreue gezeichnet waren. Ich vergrößerte das Bild noch weiter, bis die Rillen in der Rinde tiefen Tälern glichen, und in diesen Tälern raten die einst winzigen Insekten wie mächtige Ungeheuer über einer winzigen Stadt am Ufer eines Flusses empor. Ich zoomte weiter und es wurde noch detailreicher. In der Stadt liefen unzählige Kreaturen durch die Straßen und Gassen oder ritten auf seltsamen pelzigen Tieren. Ich konzentrierte mich auf eines der Häuser und stellte fest, dass ich durch das Fenster hineinschauen konnte. Dort saß eine Familie von spindeldürren Käferwesen beim Abendessen. Ein Baby in einem Hochstuhl, das das Essen mit einem Löffel verspritzt. Ein hundeähnliches Tier, das an den Tischbeinen auf heruntergefallene Reste lauert. Ein dampfendes Festmahl. Ich konnte die Maserung des Holzes auf der Tischplatte sehen, den Glanz des Silberbestecks, das sie in der Hand hielten. Da musste ich innehalten. Ich war atemlos. Ehrfürchtig. Erst als ich vom Bildschirm aufblickte, bemerkte ich, dass es draußen dunkel geworden war. Ich hatte stundenlang in dem Bild gestöbert und nicht bemerkt, wie die Zeit vergangen war. Wiederwillig schaltete ich mein iPad aus und ging ins Bett. In dieser Nacht träumte ich von der Welt auf dem Bild. Ich streifte durch die winzigen Straßen und lauschte dem Geplapper der winzigen Kreaturen. Es war herrlich. Als ich wach wurde, hätte ich mich am liebsten erneut auf das iPad gestürzt. Aber die Arbeit wartete. Als ich die acht Stunden, die sich wie Wochen anfühlten, hinter mich gebracht hatte, schmiss ich so ein Plastikessen in die Mikrowelle, inhalierte das undefinierbare Gericht und öffnete im Anschluss das Bild auf meinem iPad. Diesmal konzentrierte ich mich auf die Reihe von Kreaturen, die am unteren Ende des Baumes vorbeimarschierten, der das kleine Universum in seiner Rinde bag. Sie sahen nicht aus wie Käfer, die ich kannte, eher wie Käfer, die sich mit Bisons gepaart hatten. Sie hatten die zotteligen Köpfe der Bisons und die glänzenden Exoskelette der Käfer. Sie alle trugen Gegenstände mit sich, die größer waren als sie selbst, so wie es Ameisen tun. Ein großes Blattstück, ein Holz, Krümel. Aber das war es nicht, was meine Aufmerksamkeit erregte. Auf dem Chitinpanzer eines dieser Wesen befand sich ein Wassertropfen, möglicherweise Tau von einem der Grashalme, die sich über ihnen erhoben. Und als ich an diesen Tropfen heranzoomte, fand ich eine ganz neue Welt in ihm. An der Oberfläche entdeckte ich Meerjungfrauen, detaillierte Segelboote mit voller Besatzung, Wesen in Badeanzügen, die herumplanschten. Es gab ein Piratenschiff, das faszinierend aussah. Und ich wollte es gerade erkunden, als mein Blick auf die Schuppen eines Fisches fiel, der unter der Oberfläche schwamm. Obwohl die Zeichnung in schwarzen und weißen Tuschellinien gehalten war, schienen die Schuppen zu leuchten und die Leuchtkraft zog mich in ihren Bann. Ich konnte mir nicht erklären, wie die Künstlerin es geschafft hatte, die Linien phosphorisieren zu lassen, aber sie hatte es geschafft. In dem Leuchten sah ich noch detaillierteres Leben vor dem Hintergrund eines riesigen Ozeans. Ich fühlte mich gezwungen, tiefer zu blicken. Tiefsee-Kriaturen hatten mich schon immer fasziniert. Ich fand sie zugleich beängstigend als auch inspirierend. Also ging ich immer tiefer, ignorierte die hellen und hübschen Fischschwärme und drang immer weiter in die Finsternis vor. Ich habe unendlich lange gesumt, bevor ich wieder auf etwas Interessantes stieß. Minuten? Stunden? Keine Ahnung. Ich zoomte so lang, dass ich beinahe aufgegeben hätte, bis ich in der Schwärze einen weißen Lichtblitz erblickte. Es war ein leuchtend weißes, einfach gestaltetes Geschöpf. Ein bloßes Tröpfchen Leben mit einer Grundform, die mich an ein Spermium erinnerte. Es hatte jedoch riesige dunkle Augen, größer als ein spindeldürrer Kopf, und ich vergrößerte diese Augen. In seinen Augen befanden sich Sternbilder, so unwahrscheinlich das auch klingen mag. Solche, die ich zwar nicht wiedererkannte, die aber durchaus irgendwo im Universum so vorkommen könnten. Ich fragte mich, ob es Wesen gab, die diesen seltsamen Sternformationen seltsame Namen gaben. Ich ging weiter. In der Ferne waren winzige Sterne zu sehen, Planeten, die fremde Sonnen umkreisten. Etwas, das ein Raumschiff hätte sein können, erregte meine Aufmerksamkeit, als ich näher an den nächstgelegenen Planeten heranzoomte. Im Auge dieser Kreatur befand sich ein ganzes, gottverdammtes Universum, rief ich mir in Erinnerung. Das alles, was ich hier vor mir sehe, ist im Auge dieses klitzekleinen Spermiums verborgen. Die Bewohner des Raumschiffs waren zwar faszinierend, aber in der Galaxie um sie herum gab es deutlich mehr zu erfahren. So zoomte ich wieder ein wenig heraus und fand den Planeten, den ich mir ursprünglich ansehen wollte. Eine violette und rote Gasschicht verbarg Teile der Welt unter ihr. Ich bahnte mir einen Weg durch die Atmosphäre, bis die Kontinente und Meere sichtbar wurden. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Vielleicht eine Art Science-Fiction-Landschaft mit futuristischen Gebäuden und schwebenden Fahrzeugen. Aber was ich vorfand, war weitaus seltsamer. Ich kann nicht beschreiben, was da gezeichnet wurde. Es gab dort Lebewesen und auch Strukturen, in denen sie wohnten. Aber die Form von allem, was ich sah, schien sich in meiner Vorstellung zu verdrehen, je länger ich hinschaute. Ich konnte mir keinen Reim auf das machen, was ich sah. Es war, als würde ich das Bild der alten und der jungen Frau betrachten, dieses optische Täuschungsbild, die ineinander verschmolzen waren. Und man konnte nur das eine oder das andere sehen, wenn man sich darauf konzentrierte. Nicht beides gleichzeitig. Alles ging ineinander über. Es verwirrte mich so sehr, dass ich erschöpft das iPad zur Seite schob und mir die Augen rieb. Draußen leuchtete der Himmel in einem blassen Rosa. Ich nahm an, dass es der Sonnenuntergang war. Aber als ich die Vorhänge zuzog und meine Lampen anschaltete, hörte ich das Gezwitscher von Vögeln, was ich normalerweise nur in der Morgendämmerung hörte. Ich schaute auf meine Uhr. Der kleine Zeiger stand nahe der vier. Ich wusste, dass ich um sechs Uhr abends von der Arbeit gekommen war. Es konnte also unmöglich vier PM sein. Ich sah auf mein Handy und tatsächlich, es war schon vier Uhr morgens. Ich war die ganze Nacht in dem Bild unterwegs gewesen. Das Licht draußen war der Tag, der hereinbrach. Ich war entsetzt und müde. Ich musste um sechs Uhr aufstehen, also stolperte ich ins Bett, schlief anderthalb Stunden und drückte so oft wie möglich die Schlummer-Taste. Als ich aufstand, war ich müder als zuvor. Doch während ich schlief, hatte ich geträumt, verworren, verschwommen und hektisch. Aber das war ja zu erwarten gewesen. Auf der Arbeit kam ich mir vor wie ein Zombie. Mühsam würgte ich mich durch den Papierkram und freute mich darauf, nach Hause zu kommen und tot ins Bett zu fallen. Als ich nach Hause kam, habe ich nicht einmal einen Blick auf das ausgedruckte Bild geworfen. Immer als ich meinen Flur betrat, schaute ich betreten zu Boden. Ich hatte einfach Angst davor, irgendetwas zu entdecken, das ich mir dann genauer ansehen wollte. Nach dem Abendessen schaute ich fern, döste in meinem Sessel und kroch um 20 Uhr ins Bett. Das Kopfkissen war super weich, die Decke flauschig und dennoch fand ich keinen Schlaf. Die ganze Zeit über befand ich mich in der Schwebe zwischen Schlaf und Wachsein. Irgendetwas hast du vergessen. Irgendetwas. Es ließ mir einfach keine Ruhe. Und ich gab nach. Ich zwang mich aus dem Bett und überprüfte, ob ich meine Tür abgeschlossen hatte. Check. Waren alle Fenster zu? Check. Ich überprüfte, ob ich den Herd angelassen hatte, die Batterien in meinen Rauchmeldern und sogar, ob ich noch genügend Milch für den Kaffee morgen früh hatte. Mit brennenden Augen und völlig verzweifelt setzte ich mich auf meine Couch, nahm mir mein iPad, um ein paar meditative Klänge abzuspielen. Doch stattdessen ertappte ich mich dabei, dass ich wieder das Bild öffnete. Es musste doch irgendetwas geben, das diese wahnsinnigen Weiden auf dem Bild erklärt. Eine Erklärung für diese Matroschka-Welt. Diesmal ignorierte ich den Baum und die Kreaturen darin und sah mir den Hintergrund genauer an. Hinter dem Baum erstreckte sich eine Wiese mit hohen und etwas niedrigen Gräsern und als ich näher heranzoomte, sahen die winzigen Kieselsteine zwischen den Halmen wie Berge aus. Und es gab Wesen, die auf diesen Bergen lebten. Natürlich gab es die. Winzige Wesen, die sich am Fuße des Berges abmühten und Felder bestellten. Und andere, die weiter oben in selbstgebauten Strukturen hausten. Es gab auch Höhlen in den Bergen und die eine, auf die ich mich konzentrierte, sah wie eine Art Mine aus. Es gab Kreaturen, die aussahen wie Ponys, die Karren aus den klaffenden Schlünden der Minenmündung entzogen und mit etwas Beladen waren, bei dem es sich um Kohle oder Diamanten handeln könnte. Es waren auch Kreaturen zu sehen, die aus der Mine flohen. Ihre Gliedmaßen waren aufgrund der angedeuteten Bewegung unscharf. Ihre Münder waren vor Entsetzen weit geöffnet und in ihren Augen stand der blanke Schrecken. Wovor sie wohl flohen, fragte ich mich. Ein Höhleneinsturz? Oder etwas anderes? Ich musste es herausfinden. Ich tauchte in die Höhle ein. Es gab Bretter rund um den Eingang herum und sie sahen irgendwie angesenkt aus. Egal. Je tiefer ich vordrang, desto mehr Kreaturen sah ich auf ihrer verzweifelten Flucht. Die Wände der Mine wölbten sich nach innen, was auf eine Art strukturelles Problem schließen ließ. Einige Wesen lagen tot und verkrüppelt auf dem Boden der Minenschächte, zu breit zertrampelt von den Gruben, Ponys und ihren Bergmannskollegen. Ihre Eingeweide waren bis ins kleinste Detail möglichst realistisch dargestellt, wenn auch natürlich immer noch in monochromen Schwarz-Weiß-Linien. Ich hatte ehrlich gesagt Angst, tiefer zu gehen. Aber ich tat es. Die einzige für mich mögliche Erklärung für die Szene wäre der Einsturz der Mine. Eine Katastrophe, die jeden Bergmann irgendwann ereilen könnte. Doch das war es nicht. Nein. Die Mine führte mich immer weiter in die Tiefen der Erde. Ich musste immer wieder an die Tolkien-Stelle denken, in der es heißt, die Zwerge hätten zu tief gegraben. Und es schien, als hätten auch die Bewohner dieser Realität zu tief gegraben. Was immer sie gefunden hatten, war dunkler und unheimlicher als jeder noch so finstere Dämon. Keine Flammen, die sich ihnen entgegenstellten. Nein. Es war viel eher eine absolute Dunkelheit, die alles zu verschlingen schien. Ein blutender Schatten, dessen Gier unstillbar anmutete. Wie konnte dieses idyllische Land, das ich in Auftrag gegeben hatte, solch dunkle Bilder enthalten? Wie konnte die Künstlerin es zulassen, dass diese unschuldigen Kreaturen so leiden mussten? Diese Wesen waren keine Menschen, wie ich sie kannte, aber man erkannte ihr Leiden. Sie kannten Angst und ich fühlte mit ihnen. Ich wollte das iPad ausschalten, aber stattdessen scrollte ich mit morbidem Entsetzen weiter. An den Wänden klebte Blut, ganz in schwarz-weiß, obwohl ich es irgendwie in rot sah. Auf dem Boden und an der Decke klebten Leichenteile. Ich konnte keine Schreie hören, weil es eine Zeichnung war, aber ich spürte die Schreie in meiner Seele. Da war etwas, das ich nicht sehen sollte, aber ich wollte es sehen. Die Dunkelheit war überall, sie durchflutete jeden Spalt, aber sie war noch nicht die Quelle jenes Schreckens. Nein, da muss es noch mehr geben, da war ich mir sicher. Die Künstlerin wird irgendetwas gezeichnet haben, was für diese absolute Finsternis verantwortlich war. Ich ging tiefer hinein, viel tiefer, als ich vorhatte. Ich zoomte und zoomte und zoomte und zoomte, folgte den Minenschächten durch Mineralien und Gestein und eine Art seltsamen, lichtausstrahlenden Schimmelpilz. Ich scrollte, bis ich eine Grube erreichte, die eine Dunkelheit enthielt, die ich nicht begreifen konnte. Wieder rebellierte mein Verstand. Ich konnte nicht fassen, was ich da sah. Lovecraft hätte sich schwer getan, es zu beschreiben, wie es seine Gewohnheit war, und ich konnte es ihm nicht verdenken. Es war riesig, erbarmungslos und uralt. Und es sah mich. Sein Geist berührte den Meinen für den Bruchteil einer Sekunde, bevor ich mein iPad von mir warf. Ich hatte etwas gesehen, das ich niemals hätte sehen dürfen. Mein Streifzug durch die seltsame Welt meines Bildes hatte wieder etliche Stunden gedauert. Ich schlief nicht lang. Um 5 Uhr nachts wachte ich schweißgebadet auf und sah das erste Mal seit etlichen Stunden auf mein Handy. Ich sah mehrere Nachrichten von meinen Arbeitskollegen, die fragten, wo ich sei. Ich hatte nicht nur die ganze Nacht. Nein, ich hatte auch einen ganzen Tag weggesumt. Ich meldete mich für die nächsten paar Tage krank. Körperlich fühlte ich mich gut, wenn auch müde. Aber geistig war ich nur erschöpft, erschlagen und es gefiel mir nicht, dass ich so viel Zeit verloren hatte. Ich schaffte es, zwar zu schlafen, aber meine Träume waren voller verworrener Bilder, inspiriert durch jenes Gemälde. Ich wurde von schrecklichen Dingen verfolgt und gejagt. Die ewige Dunkelheit hetzte mich durch ein schier unendliches Labyrinth. Ich meldete mich weiter auf der Arbeit krank, ohne ein Datum für meine Rückkehr zu nennen. Irgendwann fand ich das Labyrinth, durch das ich gejagt wurde. Ich hatte nicht danach gesucht, sondern nur nach einem glücklichen und verwunschenen Ort, auf den ich mich konzentrieren konnte, Ausschau gehalten. Aber das Labyrinth existierte offenbar außerhalb meiner Träume. Auf den ersten Blick sah es angenehm aus. Gepflegte Hecken, zwischen denen sich Familien einen Nachmittag lang vergnügen konnten. Ich zoomte heran und stellte mir vor, wie ich durch breite Gänge mit Laub auf beiden Seiten schlenderte und in einer Sackgasse erschöpft kicherte, bevor ich umkehrte, um einen anderen Weg zu finden. Ich hatte die stille Hoffnung, dass, wenn ich das Labyrinth lösen könnte, wieder alles in Ordnung mit mir wäre. Bei näherer Betrachtung war das Labyrinth jedoch gar nicht mehr so unschuldig. Es war ein lebendiges Wesen, das aus Pflanzen, Fleisch und Zähnen bestand. Es pulsierte, biss und zog sich zusammen, wenn ich versuchte, mich hindurch zu bewegen. Bis hierhin hatte ich ja schon viel gesehen, völlig unschuldige Dinge und absolut furchtbare Dinge, süße kleine Biester mit großen Augen und handähnlichen Pfoten und monströse, unbeschreibliche Dinge, die meine Seele verschlingen wollten. Dem Labyrinth war es jedoch egal, was es aß. Es verschlang alle, die eintraten, ohne Unterschied. Ich konnte entkommen, aber nicht, bevor ich Dinge gesehen hatte, die ich nie wieder sehen wollte. Ich sah ein stacheliges, aber irgendwie humanoides Wesen, das ein anderes, viel kleineres Wesen gegen einen Felsen schleuderte, als er es an den Füßen schwang. Das kleine Wesen ähnelte dem größeren und ein winziger Gegenstand, der ein Spielzeug hätte sein können, fiel ihm beim Aufprall aus der Hand. Ich sah ein pelziges Wesen, das sich selbst die Kehle aufgeschlitzt hatte mit seinen eigenen blutüberströmten Klauen. Neben ihm waren drei weitere, die es ihm gleichgetan hatten. Je mehr ich sah, desto mehr verstand ich. Das Ding, diese Finsternis, die ich in den Minen gesehen hatte, war entkommen. Es war durch das Grundgestein ihrer Gruben gesickert und nach oben getrieben, wo es alle, die mit ihm in Berührung kamen, in den unweigerlichen Wahnsinn trieb. Sie wussten, was es war. Sie schlachteten ihre eigenen Familien und sich selbst ab, um sie und sich vor der Finsternis zu bewahren. Meine Welt und die Welt des Bildes kamen sich von Tag zu Tag immer näher. Ich fand kaum noch Schlaf. Manchmal fiel ich vor Erschöpfung nach tagelangem Wachsein einfach in Ohnmacht. Ohnmacht, zoomen, Ohnmacht, zoomen, Ohnmacht, weinen, Ohnmacht. Ich schlug die Augen auf und betrachtete das Sternenlicht, das verträumt auf einen Grashalm fiel. Ich zoomte in das reflektierte Licht hinein und sah zu, wie die Galaxie, die sich dort drin offenbarte, explodierte und eine ganze Planeten voller Lebewesen in den Tod riss. Ich begann zu begreifen, dass das Universum so viel mehr enthielt als mich und meinen kleinen Job und mein blödes Zuhause und meine Funko-Pop-Sammlung auf die ich so hirnrissig stolz war. Ich hatte mir eine Woche Zeit genommen, um meine Wohnung in genau den blau-grünen Farbton zu streichen, den ich mir immer sehnlichst gewünscht hatte. Ich hatte eine Wand voller Regale, Pflanzen, Bücher, dicker Fernseher hier, PS5 da. Alles in meinem Leben, von meiner Garderobe bis hin zu meiner Umgebung war da, damit ich mich irgendwie besser fühlte. Und das wofür? Ich war unbedeutend. Meine Vergnügungen vergänglich, mein Sein nichts als ein verwehtes Sandkorn in den Tiefen der Stratosphäre. Es gab so viel mehr im Universum als mich und meinen fetten Steam-Account, meine neuartigen Schnapsgläser und meine abgecycelt Nachttische. Ich hatte mir beide Tischchen selbst aus einem alten Schreibtisch zusammengeschustert, abgeschliffen und gestrichen. Ich habe Fotos von jedem Schritt gemacht und sie auf Facebook und Instagram gepostet, um meine Fortschritte stolz zu präsentieren. Und während ich das tat, gab es da draußen noch Millionen andere Welten, von denen ich nichts wusste, die ihre eigenen Kämpfe zu kämpfen hatten und uralte und furchterregende Götter aus ihren tausendjährigen Schlummern rissen. Kreaturen, die unter den Füßen einer vorbeiziehenden Bestie, die nie wusste, dass es sie gab, lebten und schlussendlich starben. Ich fragte mich, ob ich die gleiche Art Existenz frisste wie die Wesen auf dem Bild. Vielleicht wurde ja auch ich beobachtet, während ich zur Arbeit ging, zockte oder fernschaute von einem Wesen, das wie ich in seiner Bude saß und durch ein unendliches Gemälde voller Welten zoomte. Wer weiß. Ich fühlte mich unheimlich unbedeutend, gefangen in einem Strudel der Unendlichkeit eit und verfolgt von etwas, das ich nicht erklären konnte. Meine wirren Träume verstärken dieses Gefühl. Ich fand noch weitere Höhlen und ging zu tief in sie hinein. Tragödien entfalteten sich unter meinen Fingern, ganze Zivilisationen verwandelten sich mit einem Schlag in Staub, Blut und Brei. Ich wusste nicht mehr, ob ich träumte oder mich in dem Bild verlor, ob ich wach war oder schlief. Träume und Realität verschmolzen miteinander und ich spürte das Leid jedes verlorenen Reiches, das ich im Schatten der hungrigen Dunkelheit sterben sah, welche mich und die Welten dieses Bildes seit meinem ersten Besuch in den Minen verfolgt. Ja, sie verfolgte mich. Ich versuchte, die glücklichen Orte in der Baumrinde, die ich zuvor gesehen hatte, wieder aufzusuchen, um das unkomplizierte Leben der kleinen Wesen in ihren einfachen Straßen zu beobachten, aber wo ich einst Zufriedenheit und Frieden gesehen hatte, fand ich nun Anarchie und Chaos. Meine Entdeckung der lebendigen Dunkelheit schien alles, was ich jetzt sah, verdorben zu haben und überall, wo ich hinsah, hinterließ sie ihre Spuren. Die Familie, die ich einmal bei einem gemeinsamen Essen mit einem Hund unter dem Tisch gesehen hatte, war verschwunden. Der Hochstuhl, auf dem das Kind gesessen hatte, war mit Dornen überwuchert, der Tisch in zwei Hälften geteilt und zersplittert. An jeder Wand klebte Schimmel und in jeder Straße gab es aufgeplatztes Kopfstein, Pflaster, soweit das Auge reichte. Ich war unendlich müde und konnte doch nicht schlafen. Die Dunkelheit hat alles in Beschlag genommen. Ich schickte der Künstlerin eine Nachricht auf Itzy. Ich war einfach nur noch verzweifelt. Ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte. Sie antwortete mir innerhalb weniger Minuten. Gefällt Ihnen Ihr Bild? Ich akzeptiere nur Rückerstattungen innerhalb von 30 Tagen, lautete ihre kurze und knappe Nachricht. Ich war schon im Begriff, ihr zu schreiben, dass es nie und nimmer 30 Tage her sei, dass ich die Datei von ihr zugeschickt bekommen habe, hielt aber plötzlich inne. Wie lange war es wirklich her? Ich wusste es nicht. Irgendwas stimmt mit dem Bild nicht, schrieb ich ihr. Wie meinen sie das? Ich habe all ihre Wünsche umgesetzt und sogar noch weitaus mehr. Ich antwortete nicht mehr. Ich wusste nicht, was ich schreiben sollte. Sie hatte alles getan, was ich verlangt hatte. Darüber konnte ich konnte. Ich hatte das Gefühl, dass ich sie nie hätte sehen dürfen und dass es meine eigene Schuld war, weil ich zu tief geschaut hatte, zu neugierig war. Aber dann erinnerte ich mich an ihren Schriftzug. Sie genauer hin hatte es geheißen. Sie hatte gewollt, dass ich all diese Dinge sehe. Ich wollte ihr gerade antworten, als sich eine weitere Nachricht erhielt. Du erinnerst dich nicht an mich, oder? fragte sie. Das ärgerte mich. Natürlich erinnerte ich mich an sie und das sagte ich ihr auch. An wie viel erinnerst du dich? kam es prompt zurück. Ich dachte darüber nach. Wie gesagt, ich hatte mich daran erinnert, dass sie gemobbt wurde. Also schrieb ich ihr das. Diesmal musste ich ewig lange auf eine Antwort von ihr warten. Es wieder in dem Bild zu verlieren. Nach gut 40 Minuten kam ihre Antwort. Du warst einer der schlimmsten. Als du mich angeschrieben hast, kam ich mir einfach nur verarscht vor. Glaubst du alles von damals ist vergessen, nur weil wir jetzt keine Teenies mehr sind? Weißt du das alles wirklich nicht mehr? Oder willst du es leugnen? Willst du mich oder dich selbst verarschen? Oder bin kannst, wie du mich behandelt hast? Du hast mir das Leben zur Hölle gemacht, jede fucking Sekunde. Wenn die anderen langsam von mir abließen, bist du wieder gekommen und hast alle anderen angestachelt. Ihr habt meine Kleider nach dem Sport versteckt, habt mich über die Gänge geschubst, habt diese Gerüchte über eine Geschlechtskrankheit verbreitet. Du hast sogar einen deiner Football Kollegen angestiftet, mich zu daten und mich dann fallen zu lassen wie eine heiße Kartoffel. Beschimpft habt ihr mich natürlich auch. Aber wie sich herausstellte, kann das Leben doch ganz schön sein. Ich bin so glücklich wie noch nie zuvor in meinem Leben. Ja, im Gegensatz zu dir geht es mir echt blendend, möchte ich sagen. Du warst ja schon immer jemand, der heimliche Details mochte. Warst immer jemand, der gerne rumgeschnüffelt hat. Also habe ich ein paar Detailtiefen speziell für dich angefertigt. Du solltest dich geschmeichelt fühlen. Ich habe lange dafür gebraucht. Ich hoffe, du hast einen Spaß daran. Keine Rückerstattung. Dann hat sie mich blockiert. Ich saß eine Weile da und dachte darüber nach, was sie geschrieben hatte. Sie muss mich mit jemand anderem verwechselt haben. So schlimm war ich gar nicht gewesen. Ja, ich hatte ja ein paar Streiche gespielt, das stimmt. Aber es waren harmlose Sachen gewesen, Streiche alt. Und sie schien doch jetzt glücklich zu sein. Warum also war sie so nachtragend? Vielleicht hat das verdammte Bild die Antwort. Ich war mir sicher, wenn ich tief genug schaue, kann ich es herausfinden. Ich glaube, irgendwo in dem Bild kann ich herausfinden, was wirklich damals passiert ist, kann Antworten bekommen. Nein, sie kann mir doch nicht die Schuld für alles geben. Wir waren Kinder, nur Kinder. Ich werde noch eine Stunde lang suchen. Ich werde mir einen Wecker stellen. Wenn ich bis dahin keine Antworten gefunden habe, werde ich das Bild löschen und dann schaue. Vielen Dank.